Handy Borowski, welche Rolle spielt KUMAS als Partner von A3 Klimaneutral? Ja, KUMAS als Kompetenzzentrum Umwelt hat ja seit 1998 hier das Umweltkompetenzzentrum in und um Augsburg in Bayer Schwaben aufgebaut. Und das Thema Klimaschutz spielt natürlich generell beim Thema Umweltschutz immer eine wichtigere Rolle. Es geht um Energieeffizienz, es geht natürlich um CO2-Neutralität. Und insofern war es für uns natürlich eine Herausforderung und natürlich auch Ehre, mit A3 Klimaneutral hier zusammenzuarbeiten, um unsere Mitglieder, aber auch weitere Teilnehmer, die jetzt bei A3 Klimaneutral teilnehmen wollen, zur Klimaneutralität zu bringen. Das umfasst einen fachlichen Part von KUMAS natürlich. Wir werden mit einzelnen Workshops im Prinzip auch die Unternehmen, die ja jährlich eine CO2-Bilanzierung durchführen müssen, werden wir fachlich unterstützen mit Einzelthemen, wie zum Beispiel, wie kann ich meine Prozesse klimaneutral gestalten, wie mache ich überhaupt eine Treibhausgasbilanzierung, wie sieht es auch mit der Mobilität im Unternehmen aus, wie kann ich die CO2-Neutralstellen bis zu solchen Zukunftsfragen der Kompensations-Überzertifikate oder aber auch der CO2-Reduktion über Carbon Capture-Systeme.